Heute geht es mal um unsere allerliebste Rollenspielreihe aus deutschem Hause, Elex. Nein, natürlich geht es um Gothic, Piranha Byte und eine weitere große Firma, die seit einiger Zeit für Schlagzeilen sorgt, die Embracer Group. Tausende Entlastungen und mehrere geschlossene Studios zeichnen den Weg dieser börsennotierten Firma, die durch einen starren Weg und die globalen Krisen immer mehr in Richtung Ruin treibt. Gut, um ehrlich zu sein, da gab es auch noch ein paar geplatzte Deals und so weiter, aber wir wollen ja immer ein bisschen übertreiben. Doch das wäre ja erstmal für sich nichts Ungewöhnliches in der Gaming-Industrie, denn das ist einfach schon Status quo mittlerweile. Aber wenn es eben eine meiner liebsten Rollenspielreihen betrifft, die bis heute eine unglaublich große Community hat, hunderte Mods aufweist und eine meist unerreichte Atmosphäre zeigt, dann ist es natürlich wichtig, darüber zu reden. Doch ich will die gemeine und ketzerische Frage aufwerfen. Sollten wir uns als Spieler oder Liebhaber von Gothic wirklich darüber aufregen, dass die Firma hinter Gothic, Piranha Bytes, wahrscheinlich geschlossen wird? Oder gibt es sogar Argumente dafür, dass es ein Segen für das Team von Piranha Bytes ist und nur so überhaupt eine Chance auf einen geistigen Nachfolger für Gothic, mehr können wir nicht erwarten, also wirklich nicht dem Namen nach, besteht. Wie immer müssen wir kurz die Firma beleuchten, die das in Anführungszeichen Problem darstellt. Wobei Firma gar nicht so stimmt, kommen wir mal gleich zu. Und damit kann man ebenso THQ Nordic, also die Embracer Group, wie sie es später nennt, THQ selber, Piranha Bytes, Joward und Deep Silver und naja, bestimmt noch manche andere nennen. Aber ich will es hier einfach nicht übertreiben, deswegen gehen wir mal ganz kurz auf die Embracer Group ein. Das sind Medienkonzerne und in vielen Bereichen vertreten. Ich persönlich fand es zum Beispiel ziemlich krass, dass auch Asmodee, dieser Brettspielvorlag, zu dem unter anderem auch Fantasy Flight Games gehört, wer es kennt, der weiß genau, warum ich das so interessant finde, der Firma untersteht. Andere Namen, die man in der Gaming-Industrie kennt, sind wohl Coffee Stain Studios, mit dem Goat Simulator, weil ich es nicht so toll fand, oder wichtiger und aktueller vielleicht Satisfactory, kommt ja wohl ganz gut bei den Streams an. Und eben auch Songs of Conquest als geistiger Nachfolger von HOM3, habe ich ja auch schon mal auf meinem Kanal berichtet. Das ist schon mal interessant und auch wichtig für die Thematik. Denn dieser Konzern hat derart viele Sparten und Firmen unter sich, die teilweise komplett unterschiedliche Dinge tun, dass das Risiko selbstverständlich sehr hoch sein kann. Das kann ich auch tatsächlich irgendwo nachvollziehen. 2011 kaufte dieser Konzern eben auch den Großteil von Joe Wood, von dem auch Piranha Bytes ein Teil gewesen war. Wichtig war. Aber erst auf Umwegen kam Piranha Bytes 2019 über Deep Silver tatsächlich zur Embracer Group, mit der Piranha Bytes schon vorher zusammengearbeitet hatte. Und damit gingen eben die Rechte von Gothic zu THQ Nordic. Wieso eigentlich THQ Nordic? Naja, jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Die Firma THQ war Ende 2012 insolvent, hatte aber natürlich einige sehr gute Firmen und Franchise unter sich. Also wirklich, habe ich auch nicht mit gerechnet oder nicht mehr daran gedacht. Der Kadaver der Firma wurde dann natürlich von den Asker und ich meine natürlich anderen rechtschaffenden Firmen aufgekauft. Also wirklich allen Firmen, die euch vorstellen können. Alle bekannten Spielnamen und Firmen wohl aufzuzählen, wäre wirklich kompletter Wahnsinn. Also nenne ich einfach mal zwei Relic Entertainment, kennt man vielleicht mit Company of Heroes oder sowas wie Metro generell. Aber auch Metro Last Light ist dann wirklich auch als Recht aufgekauft worden. Zum Beispiel von Ubisoft und so weiter sind verschiedenste Firmen da aufgegangen. Den größten Teil des Publishers erhielt aber eben diese Embracer Group. Und vielleicht erklären eben auch die bekannten Franchises und Marken, die man vorher unter der Marke THQ kannte, warum auch die Embracer Group ihren Namen in THQ Nordic umbenannt hat, wenn es eben um diese Computerspiele ging. Es ist, wie ihr merkt, eine interessante und komplizierte Geschichte, die ich bei der Recherche, natürlich jetzt keine tiefe Recherche, aber doch irgendwie spannend fand, weil mir sehr viel aufgefallen ist, was mir gar nicht klar war. Aber auf jeden Fall umfassten diese ganzen Sachen halt auch irgendwo Kindheitserinnerungen. Erinnerungen an Gothic, Spellforce, was ich hier noch gar nicht erwähnt habe, alten Metro-Teilen und so weiter. Damals habe ich lediglich irgendwann gemerkt, hey, da ist ja Nordic Games und später Nordic am THQ. Und damals hatte ich auch irgendwo das Gefühl, dass damit alles schlechter wurde. Wobei das wahrscheinlich vor allem an der sprichwörtlichen Götterdämmerung lag. Also der Erweiterung für Gothic 3, wo mir der Name das erste Mal auffiel, also richtig bewusst, der aber eher auf die Kappe von Joe Wood und Trine Games ging. Da hat die Embracer Group den nämlich übernommen und das dann mit zu Ende geführt oder sowas. Es ist auch wieder etwas nebulös. Will also auf jeden Fall nicht um irgendwas heißen. Es ist eine reine Wahrnehmung von mir. Jetzt kann und will man also davon ausgehen, dass die böse, böse notierte Firma alles schuld ist, was Gothic, der Firma Piranha Bytes und so weiter zugestoßen ist. Das ist aber leider, leider Unsinn. Nachdem sich Piranha Bytes von Joe Wood getrennt hat, durften sie natürlich keine Spiele mehr mit dem Namen Gothic erstellen. Haben aber mit Risen 1 einen spirituellen Nachfolger geschaffen, der einen ähnlich schrecklichen Endakt wie Gothic 2 hatte. Wo er eben sehr gut war. Zumindest meiner Meinung nach. Er war eben nicht bahnbrechend, nicht innovativ, kitzelte aber den typischen Gothic-Nerv mit typischen Gothic-Elementen. Und dann, ganz unabhängig von einer Embracer Group, aber unter Deep Silver kam Risen 2. Ein Spiel, das wirklich unangenehme Fehler hatte, ein seltsames Kampfsystem und merkwürdig wirkende Cutscenes. Es wurde für sechs Beise nominiert, im deutschsprachigen Raum zwar nur, und gewann einen für das beste Rollenspiel Deutschlands. Und ich weiß, dass mich jetzt auch wieder einige dafür steinigen werden wollen. Ich sehe es jetzt schon in den Kommentaren, habe ein bisschen Angst. Aber das konnte doch nur daran liegen, weil in Deutschland nur ein Rollenspiel mit dem Budget von Risen 2 entwickelt worden war in diesem Jahr, oder? Also, das geht doch nicht anders. Und auch Risen 3 erhielt ein Award für das beste Rollenspiel von der Gamescom. Sorry, aber was? Der Anfang bei Risen 3 war vielversprechend, aber alter Falter war das Spiel nach dem ersten Eindruck schlecht. Es war so steril, banal, linear. Ja, und dann diese Schiffskämpfe. Oh mein Gott, diese Schiffskämpfe. Die verfolgen mich jetzt noch in meinen Träumen. Und ja, ich habe alle Spiele von Gothic 1 bis Risen 3, außer Arcania natürlich, das spiele ich niemals, erst vor einem oder zwei Jahren durchgespielt und spiele sie immer wieder regelmäßig durch, weil ich nach Acholos nochmal die volle Dröhnung brauchte. Aber worauf will ich denn mit dem Rant hinaus, fragt der lieben und gebittelten Zuschauer. Ja, ganz einfach. Während Piranha Bytes keinerlei Fortschritt, Innovationen zeigte und die Qualität der Spiele meiner Meinung nach sogar abnahm, wurde es dennoch in manchen Kreisen dafür gepriesen und belohnt. Die Lektion war dadurch eben nicht, einen neuen Weg einzuschlagen, neue Wege zu gehen, sondern ey, wir haben ja einen Preis gewonnen. Gute Arbeit. Läuft bei uns. Also Kampfsystem wie immer, Dialoge können auch schlechter werden und Story, ja, gucken wir dann einfach mal. Und schon während Risen 3 entwickelt wurde, kam die Firma direkt zu Gothic wieder. Und das schon ab 2012. Aber Björn Pankratz, der so ein bisschen der Sprecher der Firma war, hatte ganz klare Worte für die Fans der Reihe gehabt. Wir planen vorerst keine Spiele in der Gothic-Reihe. Wenn wir also so oder so mal ehrlich sind, einen Gothic 4 hätte es unter Piranha Bytes nie gegeben. Also bis heute hin, jeder, der es noch glaubt, schminkt es euch ab. Das wird niemals mehr passieren und es wäre auch nicht passiert. Und nein, du zählst noch immer nicht. Und dann kam halt Elex. Und naja, ich sage offen, dass ich nach erster Frustration schon Spaß mit dem Spiel, beziehungsweise mit den Spielen, hatte. Aber eben auch nur, weil ich keine Erwartungen mehr hatte, wenn es um Neuerungen, Besserungen und so weiter geht. Und auch Elex wurde wieder aufgebaut und vorab zum Beispiel von der GameStar gefeiert. Und sind wir ehrlich, verdient war es nicht, auch wenn mich das sehr schmerzt. Irgendwo auf ihrem Weg ist Piranha Bytes stehen geblieben. Man hat keine großartige Entwicklung mehr hingelegt. Und deshalb haben wir solche Szenen wie diese hier. Ja, und das Gesicht von Piranha Bytes war eben schon seit vielen Jahren Björn Frankrath. Und ich behaupte einfach mal, wie auch viele andere Show, dass er irgendwo auch der Strippenzieher hinter der Richtung des Studios des letzten Jahrzehnts war. Und irgendwie wirkt es so, als wenn seine Kreativität eher darauf ausgelegt war und ist, eine edgy Geschichte mit klischeehaften Sprüchen und Charakteren und fetziger Musik zu schaffen, die aber keinerlei Seele hat und damit stellenweise wirkt, wie das Produkt eines Fanfiction-Autors. Ja, es ist wirklich gemein, könnte mich widersteinigen. Hinzu kommen dann die veraltete Engine und die zahllosen Bugs. Außerdem schien es ihm im Grunde seines Herzens zuwider noch etwas mit Gothic zu tun zu haben. Wahrscheinlich, weil er ständig an diese ersten Spiele erinnert worden war oder ist. So richtig verstanden, warum das so war und viele Fans deshalb noch Jahrzehnte später neue Spiele von Piranha Bytes gekauft haben bzw. sich mit den alten beschäftigt haben, hat er meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, ich kann für uns alle behaupten, dass andere Welten oder Geschichten doch durchaus in Ordnung für uns werden, die auch nicht Gothic sind. Aber alle erzählen ihm ja von Gothic, weil es damals und bis heute eben etwas Besonderes in Deutschland nie mehr erreicht ist war, wenn es um Rollenspiele geht. Eine Atmosphäre, eine Vertonung und Story, die trotz mancher Schwächen doch genial war. Und wer jetzt von Nostalgie spricht, ja, spielt einfach mal wirklich Acholos, danach alle Gothic-Teile und die Risen-Teile und danach Elex. Und ja, dann auch am besten noch Legend of Azun, einfach nur, weil, ja, wenn ihr genug Zeit habt, hold right. Und gebt mir doch einfach euer persönliches Feedback. Was ist da das Beste? Wo seht ihr die Probleme? Merkt ihr selber, dass da irgendwas abfällt? Und wenn ihr es danach noch immer anders seht, ja, dann ist es euch nicht mehr zu helfen. Pech gehabt. Jedenfalls wollte Pankratz scheinbar nichts mehr mit dieser Reihe entwickeln. Und war, sagen wir mal, irgendwo verbrannt. Was auch wahrscheinlich an internen Auseinandersetzungen gelegen haben kann. Es gab da nämlich mal noch so einen anderen Mann, der bis Gothic 2 nachts abends an der Story und dem Setting wohl offensichtlich beteiligt war. Quellen sind natürlich immer schwierig. Mike Hoge. Ähm, manche Quellen und Zungen behaupten sogar, dass er derjenige ist, der der Gothic maßgeblich beeinflusst hat und die Stimmung halt und das ganze Setting zu verantworten hat. Während er bei Risen 1 noch schöpferisch irgendwo tätig war, gab es wohl irgendwie einen Bruch im Team, wodurch er nur noch Kleinigkeiten, so Grafik und so weiter, ist jetzt auch wieder unklar, was genau gemacht hat. Im Spätestens seit Risen 2. Er wollte wohl irgendwie um 2015 herum auch ein eigenes Sci-Fi-Spiel angehen, was wohl aber nie entscheiden wird und ich habe auch, glaube ich, keine Quellen dafür gefunden. Dieser Bruch kann jedenfalls irgendwo auch den Abfall der Qualität erklären, weil sich das ursprüngliche Team offensichtlich nicht mehr zusammenraufen konnte und irgendwie auch die Kreativität da verloren hatte. Nach all diesen Punkten, diesem Hin und Her zwischen den Firmen, kann ich für mich Folgendes festhalten. Ich sehe einfach keine Schuld bei der Embracer Group, die abnehmende Qualität. Ehrlich gesagt auch nicht daran, dass die Firma nur geschlossen werden soll. Die geplatzte Milliarden-Deals und gefloppte Spiele, wo auch eben Elex 2 gehört, generell den ganzen Krisen und so weiter, war wohl ein Abbau unvermeidlich. Und wieso dann nicht da abbauen, wo man das wenigste Potenzial sieht? Das klingt wirklich gemein, aber irgendwie ist es auch so. Und wenn man bedenkt, dass der Gothic-Lizenz mehr Potenzial zugeschrieben wird als der Firma, die die Spiele ursprünglich geschaffen haben, ist das schon echt krass. Und ich würde sogar aus firmenpolitischer Sicht zustimmen, um ehrlich zu sein. Dass die Lizenzen seit Jahren nur noch zum Anteasen von einem Gothic 1-Remake genutzt wird, wo man jetzt schon teure Premium-Editions dafür bestellen kann, obwohl noch kaum Gameplay gezeigt wurde, bespricht aber auch für die Lizenz Gothic nur noch einen schleichenden Tod, in meinen Augen. Wer dann auch hoffnungsvoll bleibt, ist einfach wirklich ein unverbesserlicher Optimist. Aber ich finde das Auflösen von Piranha Bytes als Firma nicht so schlimm, mal abgesehen von jeder Unsicherheit, die für alle Werteiligten dann aufkommt. Denn ich glaube, dass die meisten Entwickler, und ich hoffe nicht auch alle Entwickler, von Piranha Bytes eine gute Stelle in anderen Firmen bekommen werden und dass sie da dann wieder beeindruckend schaffen können. Und das eben ohne eine Leitung von einem Pankratz, der das sinkende Schiff ja auch sehr schnell verlassen hat, soweit man das gehört hat. Er wird sicherlich auch eigene Gründe dafür gehabt haben, von daher will ich jetzt gar nicht so irgendwie Shaming machen. Ich würde aber behaupten, dass eben die kreativen Energien ohne diesen Weg, den er vorgegeben hat, mehr Möglichkeiten haben. Statt weiterhin an einem Elex 3 zu arbeiten, worauf vielleicht die wenigsten Lust hatten oder halt nötige kreative Motivation und Energie. Vielleicht bekommt der verbliebene Teil der Firma doch noch einen Gönner und kann sich als Piranha Bytes neu orientieren oder neu erfinden. Vielleicht sind sogar die Gerüchte, weil das Maximilian Knabe, aka Hand of Blood, den Entwickler unterstützen bzw. kaufen will. Denn nur mit diesen Optionen ist es in meinen Augen überhaupt möglich, dass man ein neues Abenteuer erlebt, das einem wieder dermaßen in den Bann zieht. Wahrscheinlicher und ja, eigentlich schon Fakt ist aber, dass das Abenteuer von Piranha Bytes und dieser genialen Titel bereits für mehr als ein Jahrzehnt aus es vorbei ist. Und uns nichts bleibt, als weiteren ab und zu die alten Klassiker zu zocken und zu genießen und wirklich auch immer dankbar zu sein für jeden Modder, der wahrscheinlich schon seit Jahren oder Jahrzehnten Energie in so ein Spiel hineinsteckt, um uns neue Geschichten erleben zu lassen, neue Quality of Life Improvements zu haben oder Grafikmods oder sonst irgendwas. Also da, glaube ich, sind wir uns alle einig, das ist wirklich toll, dass das überhaupt möglich ist, so ein uraltes deutsches Spiel. Wenn ich so darüber nachdenke, werde ich ein wenig wehmütig, aber mir bleibt nichts anderes zu sagen, als danke fürs Zuschauen, haut ein Like, ein Abo raus, kommentiert einfach und ja, ich merke, ich werde einfach alt. da poko nicht rein., oder wie nach emerge Most Gol, das' aber einfach nicht tot lui. Untertitelung des ZDF, 2020